Der Titel ist der Englisch. Sie werden wenig Text sehen, vor allem Bilder und werden natürlich Deutsch reden. Sie haben schon unglaublich viel über mich gehört. Vielleicht das, was noch neu ist. Wir sind ja heute hier unter uns, aber vielleicht kennen Sie das, dass Sie irgendwo im Raum sind und das Gefühl haben, Sie sind anders. Die einzige Frau im Raum, eine andere Meinung, overdressed, underdressed, ist uns alles schon vorbekommen. Mir passiert es öfters, nicht nur als Halbsürerin, sondern als tatsächlich Tech-Frau im Digitalen schon sehr lange. Seit über 20 Jahren bin ich tatsächlich schon selbstständig in dem Feld. Und diesen ersten Werkstörer, den ich aufgesetzt habe, das war im Jahr 95. Also der erste kommerzielle bei uns in der Region, das war einer der ersten 30 deutschlandweit. Da war mir noch gar nicht bewusst, wo die Reise hingehen wird. Jetzt stehe ich hier und berichte Ihnen, was ich denke, wie wir uns gut machen und wie ich Ihnen gut machen kann, eine digitale Zukunft mitzugestalten. Digital ist meine Welt. Es ist tatsächlich ein Feld, das ich sehr liebe und es lieber auch zu gestalten. Als Wirtschaftsinformatiker bin ich da vielleicht so ein bisschen reingerutscht, war mir schon sehr bewusst, dass ich das mal verstehen wollte, was eigentlich so hinter diesen ersten Modems und diesem Gepiepse war. Und so waren die ersten Schritte tatsächlich sehr früh. Aber dass ich irgendwie falsch bin in diesem Feld, das merke ich ständig. Das ist so eine Auswahl von Einladungen, die ich bekomme in meiner Mailbox und da steht, Herrgeil. Also wenn ich mein Vorname, das ist Andrea, das kenne ich, das ist nicht schlimm. Das riecht man einfach falsch. Aber wenn jemand dann an derer liest und nicht weiß, männlich oder weiblich, dann gucken die vielleicht im besten Fall noch nach, Geschäftsführer von technisch orientierten Unternehmen. Und dann bin ich hergegangen. Relativ selbstverständlich. Das ist in dieser Tech-Welt halt so. Wenn Sie googeln, CEO, unglaublich schön. Wenn Sie schnell genug sind und ein Screenshot machen, dann haben Sie dieses Bild. Und das sagen Sie, das Bild hier ist anders. Auch wenn wir keine gelben Spüle hätten, das wäre viel bunter. Und ganz ehrlich, an dem Punkt schon, die digitale Welt braucht uns. Die braucht uns bunte. Weil auch der digitale CEO, der hat dann vielleicht mal ein T-Shirt an oder einen Rollkragenpulli. Aber der ist immer noch ziemlich grau und blau. Und das ist die Vorschau von Google. Wenn Sie irgendwas suchen und Google ist noch nicht so weit, dann kommen erst mal die Farben. Und die Farben stimmt. Text, mal ja, eine Ausführung, was ich ganz schön fand. Ich glaube, er ist noch genderneutral, also CEO. Und dann steht er aber für, also das, das, geschäftsführende Vorstandsmitglied, total schön. Und dann den Vorstandsvorsitzenden. Also dann ist er schon männlich, männlich auch im Text. Und bildlich sieht es dann so aus. Ganz viele Stockfotos. Also ab und zu ist mal ein echter Mensch dabei. Das ist ja schon ganz erfreulich. Dann kommt auch mal eine Frau, also die HP-Chefin, glaube ich, die wir hier sehen, Carla Fiona. Und bevor die nächste Frau kommt, kommt Barbie, CEO. Ja. Das ist schrecklich. Das Bild ist immer ein bisschen anders, aber so oder so ähnlich gestaltet es sich. Ich würde mal hoffen, so in 20, 30 Jahren, wenn wir nicht alles falsch machen, dann sieht es anders aus. Ich fürchte, in ein, zwei Jahren sind wir noch nicht so weit, aber wir arbeiten uns dahin. Ich nehme es hier so ein bisschen mit auf meine Reise. Ich habe Wirtschaftsinformatik studiert, haben wir eben schon gehört. Das ist die eigentlich weniger charmante, aber hier in Aachen, wenn ich mich überrollig hier so angucke. Das ist außerhalb eines Vorlesungssais. Da stand ich im Jahr 94 in der Pause einer Wirtschaftsinformatik-Vorlesung mit einem Kommilitonen. Und er sagte mir, oh Ton, das finde ich ja ganz toll, dass du auch hier bist, ein Lehrer, bei uns in der Vorlesung. Weil Frauen können wir nicht logisch denken. Ohne Quatsch. In solchen Momenten bin ich so gar nicht stark fertig, immer noch nicht. Und ich 30 Jahre später gefühlt sind 30 Jahre, bis ich 20 Jahre. Ich hatte keine Worte, aber ich habe natürlich weitergemacht. Also ich habe mich davon nicht unterkriegen lassen, wie man sieht. Ich habe vielleicht auch in meinem Leben, dadurch, dass ich einen syrischen Vater habe und nicht so ganz deutsch groß geworden bin, war ich sowieso, wenn man in diesen verschiedenen Kulturen auch mit ein paar Herausforderungen konfrontiert, sodass das eher eine kleinere war im Lebensweg. Meine Mutter ist beispielsweise sehr früh gestorben, als ich 16 Jahre war und ich musste sozusagen meinen eigenen Weg wählen. Was sicher auch ein Grund ist, warum ich dann, oder ein Grund, zumindest ein Hintergrund, warum es mir vielleicht leichter für die Unternehmerin zu werden, weil ich schon recht früh geschaut habe, dass ich zurechtkomme. An das hier war so ein kurzer Tiefschlag, wo ich dachte, so will, wie bitte, nicht mit mir, ich mache das weiter. Zum Lebensweg haben wir schon einiges gehört, deswegen mache ich das ganz kurz. Ich habe zweimal in den USA gelebt, das erste Mal nach dem Abitur, vor dem Studium, weil ich irgendwie nicht so richtig wusste, was ich studieren soll. Ich wollte Design machen und dann musste man dann eine Waffe machen und das klappte irgendwie nicht so richtig. Und ich hatte ein bisschen Sorge, dass Design dann, dass ich vielleicht mein Hobby zum Beruf mache und es nicht mehr mag. Und dann bin ich erst mal in den USA gegangen und habe das erste Mal gelernt, wie anders man dort tickt und wie sehr man auf die Chancenseite schaut und weniger auf die Risiken. Das Ganze habe ich dann noch ein zweites Mal gemacht zum Ende des Studiums. Ich habe mein Studium dort abgeschlossen und saß dann in so einem Virtual Reality Lab, habe da meine Diplomarbeit geschrieben. Da ging es eigentlich um eine erste Marktforschung, eine Analyse. Da hatte ich aber die Möglichkeit, eine Analyse tatsächlich mit so Bergen statt Balkendiagrammen zu machen. Und hinter mir wurde der Physikunterricht der Zukunft erfunden. Das war 1996, also irre früh. Auch da war mir klar, ich kam an in den USA, hatte eine Gastfamilie, bei der ich gewohnt habe. Die haben mich dann rumgeführt. Das war so eine klassische amerikanische Vorstadt, idylle in der Neighborhood, Nachbarschaft, wo man sich gegenseitig vorstellt. Aber man weiß, wer ist dann als Fremdes unterwegs. Und danach hatte eine ältere Dame, das war dann so Team Tür 4 oder 5, meine Gastfamilie, mich rumführte, eine ältere Dame, die Haustür war auf. Und ich wurde vorgestellt, dass ich jetzt also ein paar Monate dort leben würde. Und ich setzte an, zu erklären, das war das Jahr Anfang 1996, ich erklärte, ich werde an den Blumen schreiben, da geht es um das Kaufverhalten der Deutschen und der Amerikaner, ein World Wide Web. Und in Deutschland war ich gewohnt, dazu zu erklären, was das WWW nennt ist. Die Dame, locker Mitte 60, sagte, ja, weiß ich, nutze ich. Da dachte ich, okay. Ein großer Unterschied, wie früh dort die digitale Technologie adaptiert wurde, auch wirklich in der Bevölkerung, also nicht nur in der wissenschaftlichen Forschung. Und dort hat man einige Monate verbracht. Es war tatsächlich sehr prägend, auch nochmal das Leben auf der wissenschaftlichen Seite, in diesem Virtual Reality Lab, einfach zu sehen, was möglich ist. Und diese erste eigene Umfrage, die ich damals programmiert habe, hat mich dann tatsächlich motiviert, zurückzukommen und nicht in ein Trainee-Programm zu gehen bei Ikea oder Unilever, was ich mir auch schon mal so ausgemalt hatte, sondern ein eigenes Unternehmen zu gründen. Ich habe da noch ein paar Monate gebraucht, in 1999, mitten eigentlich in der .com-Blase, wie es dann am Ende, so 2000, 2001 klar wurde, mein erstes Unternehmen gegründet. Ich habe eben schon gehört, ich habe mich verheimatet, habe drei Kinder, unseren Hund habe ich mal mitgebracht. Und die drei Kinder, die streiten sich tatsächlich auch manchmal am Flussstückstisch darüber, wer welche Firma kriegt. Weiß ich mir das erst mal? Wenn ich jetzt mal ernst mache, mein Ältester ist 14 und ich sage, du kannst jetzt einen Nebenshop machen offiziell, möchtest du nicht ein bisschen Taschengeld dazu verdienen, ich finde schon einen Job für dich, dann ist das auch ein bisschen bequem. Also wir arbeiten noch dran, aber ich habe auch ein bisschen. Das sind die drei Firmen oben rechts, das ist die erste aus 1999, Dialego, wir machen Online-Marktforschung, wir sind hier gestartet, heute definieren wir uns als Chancenfinder, also wir suchen, welche Geschäftsfelder Unternehmen für sich entwickeln können, und das sowohl im realen Feld, also das geht von Schokolade bis hin zu Elektroauto, wie auch im digitalen, und das Thema Marke ist etwas, was wir ganz gut können, das auch international, also dadurch, dass wir mit Witz und Witz unterwegs sind, können wir global arbeiten. Also wir machen das für Bayer beispielsweise, im Bereich Marke, die betreuen wir schon seit einigen Jahren, also der Bayer-Welt erklären, wie die Menschen über die Marke Bayer denken, und das machen wir auch in Jordanien oder in Südafrika, also wir können es eigentlich überall, wo wir Menschen digital erreichen, können wir solche Endverbraucher-Umfragen durchführen. Das ist ganz spannend. Das zweite ist unten rechts, Smartbank, das ist im Prinzip die Software-Abteilung, die ich ausgegründet habe, wir haben festgestellt, wir können da einiges ganz gut im Bereich Software, zum Verstehen des Kunden, und haben das dann als Software-Company ausgegründet. Tatsächlich die ersten großen Kunden kamen aus den USA, größte Akzeptanz für diese Technologien, da geht es auch um künstliche Intelligenz und schnelles Analysieren von Texten beispielsweise. Da ist in Deutschland noch nicht so viel Nachfrage zu verzeichnen, aber ich kriege die Hoffnung nicht auf. Und das dritte, das kleinste, da sind wir zu zweit, das ist eine Online-Tier-Held-Praxis, das ist Let's Balance, wo wir tatsächlich über das Internet Tiere betreuen. Zwar werden uns Haare geschickt, wir analysieren die mit dem Energiemedizingerät und schicken dann individualisierte Medizin zurück. Das geht auch nur durchs Internet. Also wir sind tatsächlich deutschlandweit aktiv und deutschsprachig, darum auch ein bisschen über die Grenzen hinweg. Das wäre ein Online-Shop vielleicht für eine alternative Heilmethode beim Tier. Total erfolgreich, Hunde, Katzen, Fähre sind auch unsere Kunden, jetzt schon mal die Ehrenbesitzer. Vor fünf Jahren wurde ich ins Bundeswirtschaftsministerium berufen von Philipp Rössler. Das war so ein Brief, der liegt dann auch auf dem Schreibtisch und ich habe tatsächlich gegen Sicht geguckt, das ist eine Original-Unterschrift von dem Bundeswirtschaftsministerium. Da stand dann drin, wir berufen Sie, kann man eigentlich auch nur Ja und Nein sagen, also das ist keine Frage, wir berufen Sie in den Ballradio für digitale Wirtschaft, was mich natürlich total ehrt wird. und ich habe sehr gerne Ja gesagt, inzwischen ist das die dritte, aktuell noch Wirtschaftsministerin, ich habe mal gehört, allerdings kommt Altmaier, bin gespannt. Aber es ist schon interessant, dass man in knapp fünf Jahren drei Wirtschaftsminister erleben darf, das war mir vorher auch nicht bewusst, dass er so zackt ist im Ministerium. Und unsere Aufgabe dort ist, recht frei, wirklich so aus der persönlichen Erfahrung heraus, dem Wirtschaftsminister zu beraten, was passieren muss, damit die Digitalisierung in Deutschland vorangeht. Komplett frei. Es kann jedes Feld sein, was wir Vorschläge erschlagen und ich zeige Ihnen gleich ein paar Initiativen, die ich aus diesem Ballrad heraus gestartet habe. Das war ein Treffen mit der Ministerin, achso, vielleicht eine kleine Anekdote am Rande, Mann, Frau, mit dem BITMI, dem Bundesverband IT-Mittelstandort, haben wir Fördermittel gerade im Dezember erhalten, um ein Mittelstandszentrum zu eröffnen, an fünf Standorten, Standorten und dem Mittelstand zu helfen, in Sachen Digitalisierung. Nächste Woche gibt es ein weiteres Treffen mit der Ministerin, von dem Termin habe ich aber ziemlich spät erfahren, also den Herrn Mitvorstand, war es wichtig, das zu organisieren, die meinen das nicht böse, die hatten mich vergessen, das macht mich sauber. Das habe ich bei meinen netten Kollegen, die waren auch geschrieben und gesagt, wenn ihr so ein Termin vereinbart, dann sagt mir doch Bescheid, mein Kalender ist jetzt nicht komplett frei, ich kann nicht sagen, ich komme mal eben rübergeflogen nach Berlin, also diese Themen sind nicht erleblich, wenn man schon ein paar Unternehmen gegründet hat und einiges erlebt hat, Sie kennen das wahrscheinlich, das ist ein Abenteuer. Also die Mann-Frau-Thematik, da komme ich auch gleich noch zu, ich glaube, da braucht es auch Mut machen. Aber zunächst möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise ins Jahr 2030. Wir lieben uns ein paar Jahre vorweg und sind am Abend müde, nehmen das Handy in die Hand und heizen unsere Matratze vor. Wir wollen gleich schlafen gehen, die Frau, das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber im Moment hätte ich das auch ganz gerne. Die Matratze misst unseren Schlaf, bekommt mit, wenn wir wach werden und sendet rechtzeitig ein Signal an die Kaffeemaschine in die Küche, die weiß natürlich, welchen Kaffee ich um die Uhrzeit gern mag. Wenn ich dann aus dem Badezimmer in die Küche getrottet komme, dann wartet dort der heiße Cappuccino auf mich. Nur Kaffee reicht nicht, ich muss auch zusehen, dass ich Blutflüssigkeit zu mir nehme. Das ist die intelligente Flasche, die misst den Tag über, wie viel ich trinke, erinnert mich auf mein Handy, wenn es nicht genug ist. Die klingt aber lustig, ich nutze dieses Gerät inzwischen, das gibt es tatsächlich. Die klingt auch lustig, ist immer ein Highlight in Gieting, die Trinkflasche. Und das, was wir zusehen, das muss auch raus, das ist die intelligente Toilette, typischerweise aus dem asiatischen Markt. Die misst Parameter unserer Gesundheit aus dem Urin, die misst auch den Blutdruck und sendet das an den Arzt, wenn wir möchten. Der Arzt meldet sich dann bei uns, wenn er etwas Auffälliges findet. Wenn ich auf Reiz gehe, dann muss ich nicht mehr durchs Haus laufen, sondern ich nehme wieder nur mein Handy in die Hand, ich chatte mit meinen Haushaltsgeräten, der Kühlschrank sagt, ich habe hier einen Stromspannmodus, soll ich den für dich anschalten? Ich schicke ein OK zurück, der Kühlschrank wünscht mir noch einen schönen Urlaub und ich kann das Haus verlassen. Vor der Tür wartet dieses autonome Auto auf mich, ich muss mich nicht mehr hinter der Steuer setzen, sondern nehme Platz in einem der bekleben Sessel und das Auto weiß natürlich schon, wo ich hin möchte und es fährt mich zu meinem Zielort. An der Seite kann ich mich währenddessen unterhalten lassen, wo ich aktuell Nachrichten lesen, weil rundherum sind Bildschirme zu meiner Verfügung. Wie fühlt sich das an? Gut. Also ein paar sitzen schon in der Zeitmaschine und ein paar sagen, ich weiß noch nicht, ob ich aufs Jahr 2030 drücken soll. Die Haltung ist tendenziell eher, ah, Moment, nicht so schnell. Und das ist auch ganz spannend, was es mit uns macht. Ich habe gesagt, Digital Life rocks, deswegen nehme ich Sie einmal mit in das, was unser Leben ausmacht und warum ich glaube, dass gerade das digitale Leben sehr rockig sein kann und werde Sie dann mit an die Hand nehmen und von hier sozusagen Blut machen in die Zukunft führen, wo ich denke, wo wir alle antragen können. Worum geht es im Leben? Aus meiner Sicht geht es sehr stark darum, etwas zu säen. Sei es, dass wir Kinder haben, die wir großziehen oder Ideen, unsere eigenen Ideen verwirklichen, im Job Ziele verfolgen, ein sportliches Ziel haben. Wir säen eine Idee und verfolgen diese. Und als ich angefangen habe, in diesem Ballrat vor fünf Jahren, da habe ich relativ schnell, interessanterweise auch am Weltfrauentag, also heute vor fünf Jahren, habe ich mit dem Bundeswirtschaftsministerium telefoniert, und ich ihnen gesagt habe, Leute, hier läuft was falsch. Wir waren nämlich bewusst geworden, da ging es um eine Delegationsreise in Silicon Valley mit vielen Größern und es hieß, es gibt ein Auswahlverfahren. Da dachte ich, okay, Auswahlverfahren. Ich hatte beobachtet, da gibt es so ein paar Männer, die stehen immer in der ersten Reihe und rufen hier, die CeBIT war kurz vorher gelaufen oder eine Tech-Konferenz war gelaufen und die standen in der ersten Reihe. Ich dachte, Mensch, weil ich hatte das Gefühl, ich möchte jetzt lieber rausgehen, ist das peinlich, wenn sich hier alle in Kose bringen und in der ersten Reihe rufen. Also habe ich mit dem Verantwortlichen, wo es das Wirtschaftsministerium telefoniert, habe gesagt, Leute, wenn ihr jetzt diese Reise in Silicon Valley macht, seht zu, dass ihr nicht nur Männer im Flieger habt. Weil wenn ihr sagt, wer möchte mitreisen mit dem Bundeswirtschaftsminister, dann glaube ich, das ist fast nur Männer, wollte auch auf die Leisen stimmen. Ich wusste nicht ganz genau, wie der, wie der, so, mit 50er war es, glaube ich, oder end 50er, mein Ansprechpartner, der darauf reagiert, der war total offen. Der sagte, Frau Gerlert, das ist ein guter Punkt und schon noch eins hinterher, besorgen Sie uns noch ein paar Frauen, die mitfliegen können. Der sagt, okay, mache ich. Also habe ich noch die Suche gemacht und habe dann laut geflucht, ehrlich gesagt, weil ich fand nicht viele. Ich fand nicht viele Digitalunternehmerinnen, aber es ging nicht digital, es ging Unternehmerinnen und es waren dann noch zwei, drei mehr, die ich rekrutieren konnte in den Flieger nicht gefunden habe, aber mehr waren es auch nicht. Wir waren lange nicht 50 Prozent, aber immerhin nur knapp 20 oder so, es war auch eine kleine Bucke, es war 50 Leute und acht Frauen oder so. Aber ich glaube, wir müssen diese Idee sehen und uns dafür einsetzen. Und was mir bewusst geworden ist seit diesem Vorfall, ist, das wird doch sehr unterschiedlich. verhalten. Ich habe angefangen zu forschen, warum es so ist und bin fündig geworden bei einer ganz tollen Professorin, Doris Bischof-Köhler, die ein Buch geschrieben hat von Natur aus anders und die sagt, es gibt eigentlich zwei wesentliche Unterschiede, wie Männer und die Frauen an Themen rangehen. Auch im Tierreich ganz früher haben eigentlich die männlichen Subjekte gekämpft, aber es geht hier um Leben und Tod, sondern gekämpft um den Rang. bei Niederlagen sind sie aufgestanden und haben weitergemacht. Typische Strategie zu gewinnen, ist das Verbinden mit anderen, auch Wettbewerbern, Seilschaft, vielleicht ein bisschen negativ als Wörling. Während wir Frauen gehen da anders an. Das kann ich von mir bestätigen, Niederlagen nehmen wir persönlich. Die machen uns erstmal ein Stück weit Mürbe oder zumindest nehmen sie uns sehr mit, wir nehmen es sehr emotional, wir kämpfen nicht um den Rang, sondern wir warten darauf, dass er uns zugestanden wird. Und diese Hierarchien, wenn sie sich so bilden, sind leider sehr instabil. Ich glaube, das ist etwas, das liegt in uns, wenn ich in die Businesswelt schaue, dann erlebe ich da auch viele Frauen, die sehr männlich geworden sind, also die das gleiche Spiel mitspielen, nicht mehr so, das kann es jetzt auch nicht sein. Und ich glaube, die Digitalisierung löst es auch nicht. Wir haben eben schon ein paar Worte dazu gehört. Sie macht es vielleicht einfacher, vielleicht aber auch schwerer. Je mehr ich dann abwesend bin am Arbeitsplatz, desto weniger bin ich sichtbar und bekomme etwas mit. Also Homeoffice bin ich jetzt eher skeptisch inzwischen, muss ich gestehen, dass das irgendwie die ideale Lösung ist durch die digitalen Möglichkeiten. Aber ich glaube, es ist vor allem wichtig, dass wir uns bewusst machen, dass auch vor allem unsere Mädchen mitgeben, dass es okay ist, dass man Fehler macht, dass man hinfällt und wieder aufsteht. Ich wollte ja viel zu sprechen zum Bildungssystem, bei dem unsere Schlüsse daraus gezogen haben, aber das würde mich zu weit next führen. Ich möchte lieber in den Digital Life Rocks Sie mitnehmen, warum ich überzeugt bin, dass es rockig ist und auch ganz positiv, weil die Assoziation zum Rock kam ja, also ich überlege, was macht denn eigentlich Rock aus? Es ist Leidenschaft, kure Leidenschaft. Wenn Sie auf einem Rockkonzert oder einfach Musikkonzert sind, die Musiker sind unglaublich leidenschaftlich. Was macht Rock aus? Sie haben Regeln gebrochen, Sie haben die Dinge anders gemacht, als sie in der Vergangenheit waren, um etwas Neues zu schaffen und Sie haben unser Leben verändert und genau so verändert die Digitalisierung unser Leben. Ich glaube, wir sollten es gemeinsam gestalten. Vielleicht etwas wie ein Anti-Establishment, wie es bei Woodstock damals war, kann ich mir vorstellen, was 1969 die Langhaare bei Männern waren, ist heute wahrscheinlich eher das Smartphone, also es ringt auf, es ist nützlich, aber es ringt auch auf und die Frage ist, wie können wir das in etwas Positives gestalten und diesen Generationengap, den wir auch haben, diese Differenz zwischen Generationen, den wir so gar nicht verstehen, warum das jetzt gut ist und dem Vollkommenen hingeben, also mit drei Kindern kennen Sie wahrscheinlich auch dieses Vollkommene hingeben, nur bestätigen, wie kommen wir da hin, wie gestalten wir diese Reise ins Jahr 2030 und zwar so, dass uns die Welt da gefällt, dass sie in einer Art und Weise gestaltet ist, aber wie wir sagen, ja, da ist die Digitalisierung richtig, für mich richtig. Es ist nicht allzu lange her, da hat unsere Kanzlerin gesagt, seit fünf Jahren, 2013 war das, das Internet ist Neuland für uns und sie wurde unglaublich belacht in der Digitalszene, was ich total falsch finde. Ich glaube, dass es tatsächlich Neuland ist für die meisten von uns und selbst auch für die Kinder, das passive Darin betrachte ich nicht als digitales Gestalten, das ist ein großer Unterschied und ein Großteil von Unternehmensführern packt das Thema auch bis heute nicht aktiv an, die Statistiken dazu sind verheerend. Warum ist das so? Weil es so unglaublich schnell geht. Wir hatten kürzlich noch einen Bankvorstand, als ich gerade rausging, nach einem guten Gespräch, sagte der Frau Gerhardt, ich habe das Gefühl, das ist wie so ein Schnellzug, der an mir vorbeirauscht, die Digitalisierung. Und ich bin nicht sicher, ob ich dann auch den Fuß reingekomme in die Tür. Es ist die Wahrnehmung, die unglaublich viele haben, es sind unglaublich viele negative Emotionen auch damit verbunden. Also es könnte an einem vorbeirauschen und diese Veränderung, diese Angst, die besteht, ist vielleicht zunächst mal schwierig. Aber, als wir in der Anderfahrer waren, haben wir uns eigentlich da auch in die Bühne zurückgezogen, als der Schloss außen aufbrach. Also so ganz, ganz neu ist das eigentlich nicht. Wenn Unsicherheit auftritt, dann ziehen wir uns erst mal zurück als Menschen. Und ich habe kürzlich mal in der Kitschko erlebt, das war im Dezember auf einer Veranstaltung, der stand auf der Bühne und hat etwas ganz starkes gesagt, wie ich fand, er hat gesagt, wenn ich in den Boxring gegangen bin, habe ich auch immer Angst gehabt. Aber ich habe immer gesagt, ich darf nicht feige sein. Und ich glaube, das ist ein gutes Bild, sich bewusst zu sein, dass einem das ruhig Angst machen darf, dass es alles so schnell geht und so ungewiss, man auch nicht alles versteht, was da passiert. Aber dass man nicht feige sein will, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich daran macht, die Zukunft aktiv zu gestalten. In diese Haltung reinzukommen, dass man aktiv gestaltet, und ich bin fest davon überzeugt, und das werden Sie hoffentlich am Ende des Vortrags auch mit unterschreiben, dass es nur menschenzentriert funktionieren wird. Und dass auch alles an Digitalisierung auf den Menschen gerichtet sein muss. Aber sie wird auch von Menschen gemacht, übrigens nebenher. Und so schön das ist, wie der kleine Nao, der Roboter, Tanz, man hat ja schon das Gefühl, der Mensch kann es ein bisschen besser, und die Leidenschaft traue ich auch noch nicht zu, auch in 15 Jahren nicht übrigens. Die kann er vielleicht spielen, aber die echte Leidenschaft ist was anderes. Ohne den kleinen kommt keiner aus, also der kommt bei mir auch vor. Und diese Angst, der Roboter könnte vielleicht die Jobs übernehmen, wir werden jetzt auch einiges hören, oder zumindest einen Workshop, da habe ich gesehen, ganz spannend, es wird passieren, Jobs werden ersetzt werden, es gibt etliche Titel, das Spiegelstern, die schon titelten, die Roboter übernehmen, unsere Jobs. Das ist Realität, dass es passieren wird, dort, wo viele Routinetätigkeiten anstehen, und immer wieder wiederholende Aufgaben ausgeführt werden, aber es gibt Fähigkeiten des Menschen, von denen ich fest überzeugt bin, dass die eben nicht automatisierbar sind, und wir schreiben selbst alte Rhythmen, also ich bin, machst du zwar in die alten Rhythmen der künstlichen Intelligenz, die sind immer menschgemacht, die sind auch nur so gut, wie der Mensch sie macht, auch wenn die voneinander lernen, es gibt einen limitierenden Faktor, das sind ganz viele der Soft Skills, die wir Menschen haben. Es gibt ein schönes Buch von Tim Leberecht, heißt der Autor, Business Romantiker, der sagt, die heutigen Soft Skills werden in Zukunft die Hard Skills sein. Und ich glaube, das ist etwas, was uns bewusst sein sollte, was Frauen stark macht, so etwas wie Empathie, soziale Interaktion, Kreativität, das sind alles Fähigkeiten, die die Maschine auch auf lange Sicht nicht haben wird. Sie kann sie in gewissem Maße trainieren, und sich auch selbst trainieren, aber auch lernen beispielsweise ist etwas, was erwiesenermaßen besser funktioniert, wenn Menschen miteinander unterwegs sind. Das kann man kombinieren, indem man vielleicht noch, es gibt ja ganz viele Online-Kurse inzwischen, dass man sich einige Fähigkeiten auch inzwischen überall auf der Welt online drauf packt, aber Lernen passiert auch durch soziale Interaktionen. Beim Pflegeroboter, da bin ich persönlich ganz gespannt drauf, habe ich immer gesagt, der Pflegeroboter wird keine wesentliche Bedeutung erlangen. Das kann man aber so pauschal nicht stehen lassen, weil ich habe es schon erlebt, irgendwie mehrere Monate mit meinem Vater, und sehe dann, es ist eigentlich anders als im Kindergarten, ganz viel Demokratie und ganz wenig Zeit für die Menschen. Aber wie gestern, wenn der Roboter vielleicht die Pillen sortiert und die Hebelwilden, die auch gerne, gerne auch schon mal Thema sind. Ich glaube, wir werden wahrscheinlich noch viel dazu sehen, ich bin da auch nicht der Profi, aber die soziale Interaktion, gerade bei älteren Menschen, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Pflegeroboter komplett die Stationen bevölkert und kein Mensch dort mehr ist. Aber das Miteinander, Mensch-Maschine in Harmonie sozusagen, das wird die Aufgabe der Zukunft sein. Und ich wünsche mir einfach, dass wir das umarmen, dass wir die Arme aufmachen und sagen nicht, nee, bleib weg, saust lieber vorbei, sondern wirklich, ja, ich bin offen dafür und ich gestalte die Digitalisierung mit, mit meinen Möglichkeiten. Was die Möglichkeiten sein können, zeige ich Ihnen gerne. Vielleicht hier nur ein Slide aus meiner Arbeit. Wir machen regelmäßig Umfragen auch zum Thema, in welchen Bereichen können sich denn die Menschen vorstellen, dass sie von Digitalisierung betroffen oder auch positiv profitieren. Und aktueller Stand, das ist jetzt von Ende 2017, da hat jemand schon gesagt, na, der Pflegeroboter, der gefällt mir nicht so gut. Also ich fand es aber fast positiv, ich hätte es noch negativ, aber vermute, immerhin jeder Fünfter hat gesagt, gefällt mir sehr gut, die Vorstellung eines Pflegeroboters. Also ganz so groß ist die Abneigung gar nicht, wie ich es vielleicht gedacht hätte, aber wie gesagt, da werden wir von den Experten mehr lernen. Im Folgenden möchte ich Sie mitnehmen und die Sicht teilen und die Perspektive, warum ich glaube, dass Digitalisierung weiblich ist und warum wir diese bunten Google-Ergebnisbilder brauchen, wenn man nach vielleicht digitalen Projekten sucht und nicht dieses Schwarz-Grau, was wir eben gesehen haben. Aber es ist auch ein großer Schritt, den wir gehen müssen. Wir sind ziemlich weit davon entfernt, dass wir Frauen im digitalen Feld wirklich sichtbar und wirksam wären. Da hat sich leider wenig getan die letzten Jahre, würde ich sagen. Ich habe mir ja mal den Spaß gemacht, zu schauen, Digital Life Rocks, wie sieht denn eigentlich die Workforce aus dort draußen? Wenn ich schaue, etwa die Hälfte der Bevölkerung sind Frauen, etwas mehr, wenn ich in den Bereich Health, Gesundheit gehe, digitale Mitarbeiter in Unternehmen, und digitalen Unternehmen sind schon unglaublich wenige, 24 Prozent. Dann Venture Capital finanzierte Unternehmen, also stark wachsende Unternehmen, die sich Fremdkapital einholen, sind nur noch 16 Prozent von Frauen geführt. Rockmusik aber auch nur 10 Prozent. Da war ich erstaunt. Das war eine der schwersten Zahlen zu finden, weil ich sage, die ganzen Rockmusikerinnen auf der Bühne, also wenn die Frauen jetzt einen Rock geschafft haben, ein ganzes Stück weit dichter zu sein, dann müsste uns das im Digitalen auch gelingen. Unter den CEOs sind nur noch 5 Prozent weiblich, und Patentanmeldungen stammen da nur von 4 Prozent, zu 4 Prozent von Frauen. Eine unglaublich kleine Zahl. Ich glaube nicht, dass die Männer das besser können. Ich glaube, die trauen sich das irgendwie einfach mehr zu, so ein Patent anzumelden. Es gibt noch mehr Hintergrund dazu. Das ist ein ganz schöner Test aus den USA, mit acht Klässlern, wo so ein Tech-Test gemacht wurde, wie gut könnten denn Mädchen und Jungs technische Fragestellungen beantworten. Und da sieht man, da gibt es keinen großen Unterschied. Die liegen im Wesentlichen gleich. Und so ist auch das Fazit der ausführenden Wissenschaftlerin dort, die sagt, die Mädchen, die haben die Fähigkeit, und auch so die Fähigkeit, kritisch zu denken, in diesen technischen und Ingenieursthemen. Die Frage ist ja, warum landen sie dann trotzdem nicht hinten im Arbeitsmarkt, in der Statistik. Und ich bin fest überzeugt, es sind nicht nur die leisen Stimmen, sondern es hat auch unglaublich viel mit unseren Rollenbildern zu tun. Wann immer mir jemand mit rosa eine Laufwelle kam, wollte ich es eigentlich nicht hören. Und je tiefer ich eingestiegen bin, desto mehr glaube ich, dass das ein wesentlicher Einflussfaktor ist. Und dazu habe ich ein ganz schönes Video mitgebracht. Einflussfaktor ist ein ganz schönes Video mitgebracht. Er hat eine Schilderung im Schilderung im Schilderung. Er hat eine Schilderung. Er hat eine Schilderung im Schilderung. Das ist die Anmulance. Okay, wir werden jetzt ein ZDF-Pilot herausstellen. Das ist ein Schilderung. Er hat einen Schilderung. Er hat eine Schilderung. Er hat eine Schilderung. Okay, jetzt, wer würde sie gerne treffen, für real? Ja! Ich hab dir meine Schilderung. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.